Hallo, machen wir so. Fronten hier. Ganz gespürt. Zieh ein Streifen. Und ein bisschen Hilfe an die Schulter. Jetzt, dieser Punkt hier. Bis dieser Punkt ist eine Linie. Eine ganze Linie. Und jetzt nur die von der Arbeit. So. Nicht so. So. Das ist also nur das. Das ist ein großes. Das bedeutet, dass sie eine Linie Kraft gibt. Und jetzt auch nach Hause diese Öffnung an diese Linie was die Schulter. Und dann nur das. Das ist genau. Andererseits. Das ist eine Linie. Und jetzt ist es